So Leute, schöne Ostergrüße. Lange nichts mehr von mir hören lassen. Ich bin aber in der Vorbereitung für das Crowdrock-Special. Wie ihr seht, bin ich schon überall fleißig. Posten am rausziehen. Aber irgendwie trotz Corona-Krise steht jede Menge an. Was zu erledigen ist, dementsprechend hänge ich ein bisschen hinterher. Auch was die Neuzugänge anliegt, die hier noch im Regal stehen, ist auch Umbau angesagt bei uns. Also von daher, alles so ein bisschen durch den Wind. Aber es kommt halt was. Schöne Ostertage. Vielleicht mache ich heute Morgen, übermorgen, ist fertig. Irgendwie in die Tage kommt es. Hälfte ist schon rausgezogen. Es wird auch nicht nur ein Video bleiben bei Crowdrock. Und auch zu dem Soul & Funk müsste ich dann nochmal raussuchen. Genauso wie zu den UFO-Covern, wo ich auch schon ein paar von gesehen habe, aber noch nicht rausgesucht habe. Also Leute, es ist in Arbeit, aber noch nicht fertig. Habt schöne Ostertage. Und die Tage kommt es. Bis dann. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020